Heute ist Dienstag der 6. Dezember und der Nikolaus war da und wir haben ein wunderschönes Paketchen mit Geschenken für meine Freundin und wir haben ein paar Hosen zur Auswahl. Wir fangen an mit der ersten Hose an, die wir jetzt einmal rausziehen. Vor allem seht ihr natürlich diese hier wo sie schon ist. So sieht einmal dieser flauschige Damenpullover aus. Den wollte ich nicht auch zu Weihnachten geschenken, aber der ist ja jetzt schon da. Wir haben ein Damenpullover mit richtig schön dicken Fell für die kalten Winterzeiten. Also wenn ihr eure Freund dann eingefallen tun wollt, dann wird ihr so einen dicken, flauschigen Winterpullover. Denn dieses Fell ist echt, ich würde es selber wissen, die ganze Zeit durchlassen und es muss echt gut warm halten. Dicke ist es jetzt auch. Also wenn ihr uns hier so seht, das ist schon ein, zwei Zentimeter dick sein. Es wird auch so ein bisschen gefüllt. Natürlich haben wir hier nur so ein Plüschvlies, aber auch wie gesagt hier komplett schön warm. Reißverschluss, dass man das Ganze belüften kann. Ja, wie ihr seht, das ganze fusselt schon ordentlich. Aber wird ein schön warm halten. Also wenn ihr hier schon genau an dem Punkt seht, der Reißverschluss wird langfristig ein paar Probleme machen, da sich da ständig die Fussel drinne festhaken werden. Das sehe ich direkt jetzt schon. Quasi jetzt gerade ging ja echt noch gut, aber langfristig wird da alles sich hier ein bisschen verhaken. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ganz klar bei diesem Produkt. So, nochmal. Greif, also vom Reißverschluss, die Dinger auch etwas spitzkant. Auch da ein bisschen aufpassen. Ansonsten kann man echt sagen, für den Winter, in dem die Heizkosten extrem hochgegangen sind, eine sehr gute Sache. Damit bleibt eure Freunde dann warm. Genau. Und das Ganze haben wir auch noch in Weiß bestellt. Vielleicht kommt gleich das ganze Video nochmal mit Weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.